Gestern habe ich im Übrigen in der Küche, nachdem ich die Teige vorbereitet habe, habe ich auch ein bisschen ausgemistet für Tag 8. Dann habe ich hier einmal Validezucker, der ist abgelaufen. Der ist aussortiert, ist jetzt nicht einzeln, sondern das sind 8, also Teil 1. Dann dieser Fitvia Pomegranate Tee, den finde ich, der schmeckt wirklich gar nicht. Dann habe ich hier Mandeln gefunden, die sind abgelaufen. Das hier, also ich habe es probiert, es ist nicht unlecker. Wie seht ihr es? Ich war schon dran. Aber so richtig schmeckt es mir nicht. Und ja, sich das dann rein zu prügeln, ist ja auch noch Schokolade, muss nicht sein. Davon hatte ich auch schon mal einen, der hat mir nicht geschmeckt, deswegen wandert auch der weg. Hier dieses Salatbesteck hatte ich mir mal gekauft, weil ich das irgendwie hübsch fand. Habe seitdem nicht einmal genutzt und finde es auch sehr unhandlich. Das war ein echter Fehlkauf. Da frage ich mal rum, ob das jemand haben möchte. Das hier sind Semmelbrösel. Waren mal in einem HelloFresh-Paket. Und diese zwei süßen Dinger, die habe ich ewig aufgehoben. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Ich glaube, vor 10, 15 Jahren von einer Freundin zu Ostern, setzt man quasi den Ostereiern auf. Und ja, ist ein bisschen witzig. Aber auch da, das frage ich an, ob das jemand haben möchte. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dinge, die ja eigentlich viel mehr sind. Verlassen mein Zuhause. Also Tag 9, ich bin gerade aufgewacht. Und das habe ich ausgemistet. Erst wollte ich auch das ausmisten, aber nein. Also wirklich nein, weil das hier eine Macke hat, aber es ist kein Kühlsprung, sondern einfach nur ein Kratzer im Glas. Und auch auf der Seite, wo der Elch ist, da trägt man eh nicht raus. Ausgemistet habe ich diese wunderschönen Becher. Ich finde die wirklich hübsch. Ich glaube, ich habe sie mal bei Depot gekauft. Aber ich nutze sie, steht da auch. Aber ich nutze sie einfach nie. Ich finde die wirklich schön. Und die sind jetzt auch eigentlich supertoll in die Jahreszeit, aber ich benutze sie einfach nicht. Und ich habe sie seit Jahren hier. Dann hier so herzförmige Muffinförmchen. Die sind auch neu. Die werde ich auch wieder verschenken. Natürlich nicht wegwerfen. Ich werde einfach kein Muffinbäcker mehr. Also ich backe dann lieber einen Kuchen als so kleine Muffins. Das ist persönliche Präferenz. Dann habe ich hier einen Unterteller von Ritzenhoff aus der Mighty-Serie. Ich habe mal die Tasse und den Teebecher dazu geschenkt bekommen. Aber der Teebecher ist schon vor Jahren kaputt gegangen. Und das Ding habe ich immer behalten um... Ja, weiß ich eigentlich auch nicht. Lag jetzt auch ewig im Schrank. Dann habe ich hier ein paar Gewürze und Rezepte, die mich nicht so interessieren. Hier Mac & Cheese, griechischer Bauernsalat. Das sind alles so Sachen, die interessieren mich nicht so. Da sind noch ein paar Gewürze mit dabei, aber hauptsächlich sind es die Rezepte. Dann habe ich hier zweimal Munmilch, einmal so ein komplettes Paket und einmal so eine Rosane. Das trinke ich auch nicht, weil man irgendeine Box drin hat. Dann hier so einen kleinen Dosierwürfel, weil ich nicht mal mehr weiß, woher der ist. Deswegen kann der auch weg. Und warum auch immer das hier in meiner Schublade war. Ja, das sind eins, zwei, drei... Wobei, so kann man es eigentlich nicht rechnen. Hier sind zwölf drin, ne? Aber gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Teile, die meine Haushalt verlassen. Ich finde es großartig. So, Tag 10 und 11. Tag 10 habe ich hier so ein bisschen Bürozeug und so aussortiert. Ich habe einmal einen Abroller, Tesa-Abroller, der gar nichts taugt. Genau wie einen Kanten-Abwunder oder Ecken-Abwunder, der auch gar nichts taugt. Nicht mal dünnes Papier schneidet der vernünftig. Dann habe ich hier so einen Label-Printer. Der ist eigentlich ganz witzig, aber ich benutze den einfach nie. Den werde ich mal versuchen bei Vinted einzustellen. Der ist eigentlich ganz süß, wartet. Hier habt ihr einmal so Bänder, also so Klebebänder. Die kann man auch nachkaufen. Natürlich das Kabel. Und dann hier das Gerät. Und der ist wirklich süß gemacht, kann ich nie anders sagen. Also hier legt man das Band ein. Hier seht ihr es noch erst drin. Und der funktioniert einwandfrei, aber ja. Ich benutze ihn einfach nicht, dass er dann hier rumfliegen. Ja, dann habe ich hier... Eins meiner damaligen liebsten Bücher. Brim Stokers Dracula. Ich habe es aber ein paar Mal gelesen. Nochmal werde ich es nicht lesen. Es ist richtig toll geschrieben. Ich glaube auch die beste Version davon. Aber ja, ich bin eh nicht so eine Leseratte. Dann hier zwei Sticker-Sheets, die ich nicht brauchen kann. Das ist mir zu bunt. Das sind keine Sticker, die ich benutze. Dann hier ein angebrochener Bogen mit... Da habe ich mal so Dinge ausgestanzt, mit denen ich ein Bild machen wollte. Dann zwei Postkarten, die mir nicht gefallen. Drei so komische Bilder... Briefumschläge, die mir nicht gefallen. Und hier noch so ein bisschen Papierkram, denn die ich nicht mehr gebrauchen kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und das hier sind deutlich mehr als elf Dinge. Ich habe ganz, ganz viele meiner Bilder aussortiert. Einfach Dinge, die ich mir nicht mehr anschaue, die mich entweder nicht mehr glücklich machen oder wo man sowieso nicht so viel drauf erkennen kann. Oder Bilder, die ich doppelt habe. Ihr seht, das sind deutlich mehr. Und damit haben wir dann Platz 10 und 11, beziehungsweise Tag 10 und 11 erledigt. Genau, und ja, ich bin ein bisschen froh, dass das Zeug alles meinen Haushalt verlässt. Super.